Hallo und herzlich willkommen. In dem heutigen Video möchte ich euch anhand von einem Beispiel sehr sehr cool zeigen, wie ihr mit dem Stepper beim Backtesting sehr sehr viel Zeit sparen könnt. Dazu ganz kurz, wir sind auf einem DAX Chart, 5 Minuten Chart und ich wollte einfach mal gucken und statistisch erfassen, was passiert dann nach sehr sehr großen Bars. Dafür habe ich mir diese sehr sehr großen Bars definiert, habe einmal kurz per Hand eine Cache-Kurve erzeugt, die sieht so aus und dann wollte ich es natürlich genauer testen. Dann habe ich mir in den Stepper in unsere Programmierung, habe ich mir die Kriterien für diese großen Bars einprogrammiert und kann jetzt per Knopfdruck auf diese Bars drauf springen. Der Riesenvorteil ist einfach, wenn ich das jetzt nicht hätte, müsste ich jede Bar durchgehen, müsste ich jede Bar suchen. Ich müsste hier bei jeder Bar ausrechnen, ist denn die Bar so groß, dass sie meine Kriterien erfüllt. Ohne dieses Messtool von uns hier würde da eine halbe Ewigkeit drauf gehen. Das heißt, ich springe jetzt einfach mal auf eine Bar, bekomme hier direkt angezeigt, die Bar hat eine Range von 282 Ticks und jetzt kann ich per Maus oder per Tastatur Bar für Bar weiterspringen und einfach schauen, was passiert denn danach. Der Riesenvorteil ist einfach, ich spare mir extrem viel Zeit, weil ich muss diese Bar nicht suchen und ich kann mich aufs Wesentliche konzentrieren. Das heißt, wenn wir uns das jetzt hier einfach mal angucken, kann ich jetzt von dem Close von der Bar sehr, sehr schön messen, okay, wie viele Ticks ging es denn in die eine Richtung, wie viele Ticks ging es denn in die andere Richtung und kann jetzt daraufhin mein Trading System aufbauen. Ich zeige euch das jetzt mal, wie das aussehen würde, wenn ich das jetzt per Hand machen würde. Dann würde ich jetzt hier einfach immer weiter gehen, würde gucken, okay, diese Bar ist nicht so groß, diese Bar ist ja schon ziemlich groß, erfüllt aber nicht meine Kriterien. Wenn ich dieses Messtool von uns dann nicht hätte, dann wäre das natürlich um einiges schwieriger, hier kann ich ja sehr, sehr leicht messen, okay, ist die Bar groß genug oder nicht. Wenn ich das nicht hätte, müsste ich natürlich immer die Preise umrechnen, das würde ewig dauern. Wir haben jetzt diese besonderen Bars, kommen jetzt nicht so oft vor, wie gesagt, weil ich will nur sehr, sehr große Bars mir anschauen und auswerten. Die zum Beispiel sieht sehr groß aus, erfüllt aber auch nicht meine Kriterien. Das heißt, ich bin jetzt hier schon mehrere Tage durchgegangen, habe schon ein paar Minuten verschwendet, damit diese Bars zu suchen und das ist halt einfach super umständlich. Das heißt, ich drücke jetzt einfach hier die B-Taste Megabar. Wie ihr seht, ist er jetzt immer noch, doch noch ein paar Tage weiter gesprungen und kann mich jetzt einfach aufs Wichtige konzentrieren und einfach nur schauen, was passiert denn nach dieser Bar. Das Ganze kann ich natürlich auch für News-Systeme machen. Also wir haben ein System auf den Öl-Lagerbestandsdaten, ein System auf den Non-Farm-Payrolls, zwei Systeme auf den FOMC-News. Und diese Nachrichten sind bei uns in der Programmierung hinterlegt, also wir ziehen die von der Seite runter und können dann ebenfalls per Knopfdruck einfach auf diese Nachrichten drauf springen. Das heißt, wir müssen diese Nachrichten nicht ewig suchen. Die kommen ja zum Teil nur einmal im Monat, teilweise sind sie auch mal an einem anderen Tag, weil irgendwie Feiertag war etc. Und so springen wir einfach sehr, sehr leicht da drauf und schauen uns nur an, was passiert. Ja, das war es erstmal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und weitere Videos folgen demnächst.